How to listen? Wie verstehe ich Hörtexte? Hata Mari hat einen neuen Auftrag erhalten. Sie soll zwei Tatverdächtige beschatten und ihre Gespräche belauschen. Die Anweisungen der Zentrale lauten diesmal Listen carefully to the conversation between Suspect A and Suspect B and try to answer the following questions. What are the suspects discussing? When and where do they plan to meet next? Wie immer muss alles nach Protokoll gehen. Hata nimmt ihre Spionagevorbereitungsliste zur Hand, um nichts zu vergessen. Anweisung genau lesen. Check. Das hat Hata bereits erledigt. Sie soll herausfinden, was die Tatverdächtigen besprechen, also worum es im Gespräch generell geht. Somit handelt es sich um eine Listening for Gist-Aufgabe. Deshalb wird sie auf Wörter und Themen achten, die mehrmals vorkommen und daher vermutlich eine wichtige Rolle spielen. Bei der zweiten Anweisung soll Hata einige Details aus der Konversation heraushören. Sie muss herausfinden, wann und wo sich die Tatverdächtigen das nächste Mal treffen. Es ist daher eine Listening for Detail-Aufgabe. Deshalb wird sie verstärkt auf Signalwörter achten. Außerdem steht auf ihrer Vorbereitungsliste, was weißt du bereits über den Auftrag? Worum wird es im Gespräch wohl gehen? Hata weiß, dass es sich um zwei Verdächtige handelt, die kriminelle Machenschaften besprechen werden. Sie hat die beiden bereits zum Hauptbahnhof verfolgt. Der letzte Punkt lautet, schau dir die Bilder zur Anweisung an. Was verraten sie dir bereits? Hata hat von ihrer Kollegin bereits ein Foto aus dem Bahnhofsgebäude bekommen. Darauf kann sie erkennen, dass die beiden Tatverdächtigen auf dem Bahnsteig stehen. Ah, das ist das Zeichen der Spionagezentrale, dass sie mit dem Abhören beginnen soll. Ganz wichtig! Hata macht sich während des Hörens Notizen. In einer Tabelle kann sie die wichtigsten Informationen eintragen. You're late. You should be happy that I even showed up after the mess you've made last time, son. Come on, Don, it wasn't that bad. It sure was, boy. Sie hat zum Beispiel die Wörter son, sohn und boy, junge, gehört. Der eine Mann scheint dem anderen Mann also überlegen zu sein. Außerdem konnte sie den Namen des älteren Mannes heraushören. Don. How much is it this time? Quite a lot. Well, thanks for the heads up, fool. I only brought a small bag. Maybe you can carry the rest. I'm not gonna do that out in the open. You're right. Hata hat einige interessante Dinge gehört. Don hat sich mit how much nach der Menge von etwas erkundigt und die Antwort quite a lot bekommen. Don hat sich sehr aufgebracht angehört. Er hat sich beschwert und die Worte fool, Dummkopf und small bag, kleine Tasche sind gefallen. Außerdem wurde die Frage carry the rest mit no beantwortet. Hata hat sich die Verneinung mit einem x notiert, um Zeit zu sparen. Das Ganze hört sich also nach einer Art Übergabe, handover, an. I could just leave you know. It's your dirty laundry. Don, please. I need you. Why don't you clean up this situation yourself, boy? I've tried. It's not that easy. You just don't want to get your hands dirty. Keep your voice down. You'll get us in trouble. Please, Don. If I fail with this, our family name will be ruined. But it's the last time. Okay, I'm sorry. Hata hat sich einige Stichwörter notiert, zum Beispiel Dirty laundry, Schmutzwäsche. Ganz klar der Codename der geheimen Mission. Deshalb ging es auch um Trouble, Schwierigkeiten und Dirty hands, Dreckige Hände. Es scheint einiges von der Übergabe abzuhängen, denn Hata hat auch gehört, dass es um den guten Ruf der Familie geht. Family name ruined. Familie könnte auch für eine kriminelle Organisation stehen. Mit It's the last time scheint sich Don bereit erklärt zu haben, ein letztes Mal zu helfen. Hata hat sich statt dem Wort one eine eins notiert, um Zeit zu sparen. You'll have to pick it up, though. No problem. Tomorrow. Four thirty. Don't be late. At your new place? Of course at my new place. Two 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 B Baker Street. Isn't it? No. It's two two one B. Don't forget to bring a bigger bag. I won't. You better not. Arrivederci. Wow. Das war ganz schön aufregend. Was hat sich Hata zuletzt notiert? Die Details zum nächsten Treffen. Auch hier hat sie Symbole und Abkürzungen verwendet, um Zeit zu sparen. Zum Beispiel bedeutet T-M-R-W Tomorrow. Das Haus symbolisiert Dons Wohnort. Arrivederci verrät, dass die Männer Italiener sind. Hata vermutet die Mafia hinter dem Ganzen. Sie ist zufrieden mit ihrer Arbeit. Jetzt kann sie der Zentrale antworten. There was a handover between Suspect A and B. They were trying to keep it a secret, so they used a codename. Dirty Laundry. Both suspects are men. The name of Suspect A is Don. He seemed to be in charge. Don agreed to help the other man one last time, but he didn't seem happy about it. Words like Family, Arrivederci, Don and Dirty Hands suggest a relation to the Italian Mafia. They agreed to meet again tomorrow at 4.30 Uhr. Suspect B is going to pick up something at Don's place in 221B Baker Street. Hata ist vor Ort und überwacht die Festnahme des Verdächtigen. Suspect B is going to pick up something at Don's place. Suspect B is going to pick up something at Don's place. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hm, Mama Mia. Ah, scusi. Da war Dirty Laundry wohl doch kein Codename.